Inge Sticher ist 83 Jahre jung und leidenschaftliche Autofahrerin. Als Undercover-Oma wird sie heute Autowerkstätten auf den Prüfstand stellen. Also man hört ja so einiges hier, es gibt ja viel schwarze Schafe, die versuchen wollen, Leute abzuzocken. Und er wird Inge mit seinem Fachwissen zur Seite stehen, der Münchner Kfz-Meister Hendrik Schönenberg. Inge, was machen wir jetzt? Also wir manipulieren jetzt ein bisschen was an deinem Auto und dann schauen wir mal, ob uns irgendwelche Leute auf den Leim gehen. Okay, bin ich aber gespannt. Drei Menge sollen die Werkstätten an Inges Renault Twingo begutachten. Erstens den Heckscheibenwäscher. Hendrik manipuliert die Sicherung. Dann tauschen wir die einfach aus, dann funktioniert er nicht mehr, damit hat es sich. Schauen wir mal, ob sie nun die Sicherung tauschen wollen oder direkt den ganzen Motor tauschen wollen. Das würde dann teuer werden. Die Sicherung ist im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett. Da müssten die Mechaniker einen Blick hineinwerfen. Schau, wie siehst, dass die komplett zerschossen ist. Da ist nichts mehr zu holen. Und da können sie mir ja dann eventuell gleich eine neue reinsetzen. Das wäre mir halt das mit Abstand Liebste. Ja. Als zweites manipuliert Hendrik eine Zündkerze. Die Zündkerze bekommt jetzt einen ganz kleinen Gong von oben. Der Wagen läuft ab jetzt nur noch auf drei Zylindern. Du siehst hier, dass die Motorkontrollleuchte blinkt sogar und dein Schraubenschlüssel leuchtet auf. Du merkst es ja auch ganz einfach schon mal. Du siehst es sogar hier am Schallknüppel, wie der wackelt. Ja, ja, ja. Der Motor läuft einfach nicht mehr ruhig. Theoretisch könnte die Werkstatt die kaputte Zündkerze sogar mit einem kleinen Handgriff reparieren. Sicherheitshalber sollte man sie aber austauschen. Drittens will Hendrik wissen, wie viel die Reparatur der angefahrenen Stoßstange kostet. Wird Inge dafür einen seriösen Kostenvoranschlag erhalten? Unser Experte hat genaue preisliche Vorstellungen. Die Sicherung für den Heckscheibenwischer ist schnell ausgetauscht und sollte deshalb mit maximal 15 Euro zu Buche schlagen. Für den Tausch der defekten Zündkerze wären inklusive Arbeitszeit 50 Euro angebracht. Und die Reparatur der Stoßstange schätzt der Experte auf rund 600 Euro. Das Beheben der drei Mängel dürfte also insgesamt rund 665 Euro kosten. Was mache ich dann? Ich sage, deswegen möchte ich ja einen Kostenvoranschlag. Ganz genau, du erforderst ganz einfach einen Kostenvoranschlag über die Reparaturen, die notwendig sind, um diese ganzen Mängel zu beheben. Wir statten Inge und ihren Renault Twingo mit versteckten Kameras aus. Die Suche nach möglichen Abzockern kann beginnen. Schnapp mal zu uns! Insgesamt wollen wir drei unterschiedliche Werkstätten prüfen. Einen Hinterhofschrauber, einen mittelständischen Betrieb und eine große Kette. Wer wird in unserem Test am besten abschneiden? Ankunft bei der ersten Werkstatt. Der kleine Hinterhofbetrieb liegt in einem Wohngebiet. Inge hat hier einige Tage zuvor einen Termin vereinbart. Hendrik sieht sich das Ganze aus dem Teamwagen an. Hallo, ich habe heute einen Termin bei Ihnen. Nein, also, ich weiß von nichts. Doch, vor ein paar Tagen hat meine Enkelin angerufen, Frau Müller. Ach so, ja, dann gehen Sie schon mal raus. Kundenservice sollte anders klingen, doch die Frau informiert einen Mechaniker. Bei meinem Auto leuchtet seit ein paar Tagen eine Kontrollleuchte auf. Und schauen Sie sich bitte auch den Heckscheibenwischer an. Der geht nicht mehr. Ich kann das Auslesegerät jetzt mal anschließen und testen. Ja, das zeigt einen Fehler an. Der Motor ist kaputt. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Da müssen Sie zu Renault. Wie bitte? Ich muss zu Renault? Ja, der Motor ist kaputt. Das sehe ich doch hier. Damit gibt sich Oma Inge nicht zufrieden. Wollen Sie nicht mal die Motorhaube aufmachen und nachschauen? Na gut, mache ich. Es kann sein, dass es das Zündkabel oder die Zündspule ist. Vielleicht war es ein Marder. Um das herauszufinden, nimmt sich der Mechaniker aber nicht mehr die Zeit. Ich denke, dass heute an dem Fahrzeug tatsächlich nicht viel passieren wird. Der Mechaniker schaut sich den Sicherungskasten gar nicht erst an. Er hat bereits eine Erklärung, warum der Heckscheibenwischer nicht funktioniert. Der Heckscheibenwischermotor ist kaputt. Oma Inge reicht's. Die 83-Jährige fühlt sich nicht ernst genommen. Ihr Anliegen mit der Stoßstange schildert sie daher gar nicht mehr. Sie möchte jetzt einen Kostenvoranschlag für die Probleme mit Zündkerze und Heckscheibenwischer. Dafür muss das Auto da bleiben. Na, das geht leider nicht. Was wird das denn ungefähr kosten? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das muss ich Ihnen schicken. Geben Sie mir Ihre Mailadresse. Die Beratung vor Ort war kostenlos. Am nächsten Tag erhält Inge eine E-Mail mit dem Kostenvoranschlag. Wir rechnen zusammen, wie viel die Reparaturen hier ausmachen würden. Für einen eventuellen Austausch von Zündkabel und Zündkerzen inklusive Arbeitszeit würden wir laut Kostenvoranschlag 139,10 Euro bezahlen. Für einen neuen Heckscheibenmotor inklusive Arbeitszeit müssten wir mit 414 Euro tief in die Tasche greifen. Das macht insgesamt 553,10 Euro und die Kosten für die Reparatur der Stoßstange nicht aufgelistet. Unser Experte ist nicht einverstanden. Aber weißt du was, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal zu dem und sprechen den drauf an und fragen den, wie er denn draufkommt, dass jetzt der Heckwischer-Motor defekt sein soll. Was hältst du davon? Ja, gute Idee. Fahr mal hin. Mach mal. Mach mal. Alles klar. Hendrik und die Undercover-Oma wollen die Werkstattinhaber mit den unnötigen Kosten konfrontieren. Servus. Wir sind von Akte für Sat.1. Ich wollte nur fragen, wie es dann dazu kommt, dass sie gleich direkt nur die Ersatzteile aufschreiben und nicht wirklich geschaut haben, woher die Mängel denn kommen. Die Dame hatte keine Zeit, das Auto hier zu lassen. Wir hatten noch andere in der Werkstatt und konnten es nicht genau anschauen. Das geht ja innerhalb von zwei Minuten, kann man die Sicherung mal schnell prüfen. Ja klar, das hätten wir dann ja natürlich gemacht, selbstverständlich. Aber da hatten wir keine Chance. Keine Chance. Und das, obwohl wir einen Termin hatten. Der Mechaniker hat sich die Zeit einfach nicht genommen. Der Hinterhof-Schrauber fällt deshalb in puncto Service eindeutig durch. Auch die Kompetenz lässt zu wünschen übrig. Zündkerze und Sicherung hätten schnell ausgetauscht werden können. Das hat der Mechaniker nicht erkannt. Zudem ist der Preis viel zu hoch. Auf zur nächsten Werkstatt. Dieses Mal knöpfen wir uns eine bekannte Kette vor. Auch hier haben wir für Oma Inge wenige Tage vorher einen Termin vereinbart. Also ich weiß, dass diese Kette hatte halt, war schon immer in relativ starkem Verruf. Ich habe auch schon von Fällen gehört, wie sie halt vorgehen, sobald dann quasi Frauen mit Kindersitz oder sowas in die Werkstatt kommen, dass sie halt dann gerade anfangen, bremsen oder sowas quasi besonders aufzuschreiben, dass die fällig wären, auch wenn sie es noch gar nicht sind. Werden sich diese Gerüchte bewahrheiten? Unser Wagen wird direkt in die Garage gefahren. Als erstes spricht Inge den Mechaniker auf den Heckscheibenwischer an. Der Mann schaut gleich in den Sicherungskasten. Er findet zuerst nichts. Doch nach rund 20 Minuten entdeckt er den Fehler. Inge informiert Hendrik am Telefon darüber. Also es war doch die Sicherung. Also die Heckscheibe, der Scheibenwischer funktioniert schon. Das ist ja super. Also das ist schon mal eins. Okay. Mit dem Motor stimmt auch etwas nicht. Da geht dauernd eine rote Lampe an. Um die Ursache dafür herauszufinden, holt sich der Mechaniker zur Verstärkung einen Kollegen. Die beiden Männer machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem Fehler und entdecken schnell die manipulierte Zündkerze. Wer war das denn? Da hat jemand die Zündkerze reinfallen lassen. Die ist total kaputt. Der Mechaniker tauscht die defekte Zündkerze durch eine gebrauchte aus. Ich würde Ihnen aber raten, langfristig alle Zündkerzen auszutauschen. Besser ist es. Damit gehen Sie nämlich auf Nummer sicher. Inge lässt sich sowohl für neue Zündkerzen als auch für die ramponierte Stoßstange einen Kostenvoranschlag geben. Ich glaube, das war's für heute. Das wäre der absolute Wahnsinn. Wenn der jetzt wirklich alles gemacht hätte, was wir quasi manipuliert haben. Wir rechnen zusammen, wie viel die Reparaturen in der Werkstattkette nach erster Einschätzung kosten würden. Knapp 70 Euro hat Oma Enge bereits vor Ort für die gebrauchte Zündkerze bezahlt. Wenn sie aber, wie empfohlen, langfristig alle vier zusätzlich austauscht, macht das insgesamt 175,33 Euro ein stolzer Preis. Dafür kostet die neue Sicherung für den Heckscheibenwischer hier nur 3,09 Euro. Eine neue Stoßstange würde mit 585,18 Euro zur Buche schlagen und ist damit günstiger als von Hendrik veranschlagt. In Summe macht das 763,60 Euro. Auch wenn die Kosten insgesamt damit rund 100 Euro höher sind als von ihm geschätzt, findet Hendrik den Preis noch immer im Rahmen. Du hast dich ja auch wohlgefühlt bei denen, oder? Ja, total. Nee, nee, und waren auch alle nett hier und waren begeistert, dass der Wagen auf einmal so gut lief. Hier, nur immer, ich sag, hab nur immer Daumen hoch gesehen. Die bösen Gerüchte haben sich also nicht bewahrheitet. Im Vergleich zum Hinterhofschrauber hat man sich bei der Werkstattkette für unsere Undercover-Oma Zeit genommen. Dieser Betrieb überzeugt durch guten Service. Die kaputte Sicherung wurde sofort erkannt und ausgetauscht. Die manipulierte Zündkerze durch eine Gebrauchte ersetzt. Auch der Preis ist akzeptabel. Unsere dritte Werkstatt ist ein mittelständischer Betrieb. Inge will auch hier die Mängel ihres Autos prüfen lassen und den Wagen danach wieder mitnehmen. Sie spricht den Mechaniker gleich auf die Kontrolllampe an und bittet ihn, dem Defekt nachzugehen. Das kann ich nicht so schnell. Das ist nicht wie's Brezenbacken. Aber ich kann mal vorne reingucken. Der Mann wirft einen Blick unter die Motorhaube. Als er die Zündkerzen anschaut, findet er schnell das defekte Teil. Wer war da dran? Sie sehen ja, die ist ja ganz verbogen. Das weiß ich nicht. Die biege ich jetzt zurecht. Mit wenigen Handgriffen repariert der Mechaniker die defekte Zündkerze. Jetzt ist unser Experte gespannt, was er zum defekten Heckscheibenwischer sagt. Könnten Sie vielleicht noch die Sicherung prüfen? Das geht schnell. Gut, das kann ich noch machen. Doch obwohl der Mechaniker in den Sicherungskasten hineinschaut, entdeckt er den Mangel nicht. Vielmehr stellt er eine kostspielige Diagnose. Da muss ein neuer Motor rein. Also ist das nicht die Sicherung? Nein, das ist der Motor. Ich würde gerne einen zweiten Termin ansetzen, um sicher zu gehen. Der Mann macht sich erstmal nicht die Mühe, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Er wirft auch einen Blick auf die kaputte Stoßstange und erstellt dann, auf Inges Wunsch, einen Kostenvoranschlag dafür und für die Reparatur des Scheibenwischers. Unsere Undercover-Oma fährt zurück zu Hendrik, der schon gespannt auf sie wartet. Auch beim mittelständischen Betrieb ziehen wir wieder Bilanz. Allein für die reparierte Zündkerze hat Inge bereits 82,60 Euro vor Ort bezahlt. Falls der Mechaniker den Heckscheibenmotor tatsächlich noch austauscht, wären das Kosten von 320,05 Euro. Rausgeschmissenes Geld, denn dieser Austausch wäre völlig unnötig. Dazu kommt eine neue Stoßstange zu stolzen 870 Euro. Macht insgesamt 1.272,65 Euro. Wenn diese aufgelisteten Reparaturen des Kostenvoranschlags tatsächlich gemacht würden, wäre das Angebot eindeutig das teuerste. Zur Erinnerung, Hendrik hatte 665 Euro veranschlagt. Hier wird nahezu das Doppelte verlangt. Reden halt noch von einem Renault Twingo und nicht von einem Mercedes-Benz von einer S-Klasse. Unser Experte und die Undercover-Oma stellen den Mechaniker deshalb zur Rede. Ich wollte nur gerne wissen, woher habt ihr eure Preise? Es ist eine komplette Stoßstange, die lackiert wird. Wir waren jetzt schon in mehreren Werkstätten und bei den Werkstätten war es deutlich günstiger. Wie gesagt, das sind halt unsere Preise. Also ich denke mal, da gibt es nichts großartig darüber zu diskutieren. Versucht hier jemand Kasse zu machen? Unser Fazit für den mittelständischen Betrieb. Der Umgangston war sehr ruppig. Der Service hat unseren Lockvogel deshalb nicht überzeugt. Die defekte Zündkerze konnte der Mechaniker reparieren. Für diesen Preis hätte er sie auch ersetzen können und die Manipulation beim Heckscheibenwischer konnte er auch nicht auf Anhieb finden. Zudem ist der Preis insgesamt für unseren Experten eindeutig überzogen. Drei Werkstätten haben Oma Inge und Hendrik unter die Lupe genommen. Zeit für ein Resümee. Und das fällt durch Wachsen aus. Vor allem was den Service anbelangt. In zwei von drei Werkstätten fühlte sich die 83-Jährige nicht gut beraten. Eigentlich so richtig wohlgefühlt habe ich mich eigentlich auch nicht. Oder dass sie sich so Mühe gegeben hat, bis auf einen, der wirklich sehr nett war und sich Mühe gegeben hat. Alles andere war reichlich schwammig. Oma Inge hat also sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Deshalb ein paar Tipps für ihren nächsten Werkstattbesuch. Erstens. Die Werkstatt hat eine Beratungspflicht und muss über Art, Umfang und Kosten der erforderlichen Reparaturen aufklären. Zweitens. Formulieren Sie den Auftrag für die Werkstatt konkret. Reparaturen, die Sie nicht in Auftrag gegeben haben, müssen Sie auch nicht bezahlen. Drittens. Fordern Sie einen Kostenvoranschlag an. Falls der Betrag nicht eingehalten werden kann, muss die Werkstatt Sie im Vorfeld informieren. Und viertens. Fragen Sie nach gebrauchten Ersatzteilen. Diese sind deutlich billiger als neue. Auch Markenwerkstätten können diese beziehen und verbauen. Ich bin zwar alt, aber ich bin ja nicht dumm. Und bald kann ich mein Auto alleine reparieren. Und wenn nicht, dann hilfst du mir doch. Dann kommst du einfach zu mir. Ganz einfach. Genau.